momos ist gestorben das portal ist nun aktiviert ich hab mich die ganze zeit gefragt warum drückst du noch wie so ein berserker auf den knopf aber ja gut ein gutes ende ja finde ich auch wenn wir nie wieder diese scheiß magie sehen müssen ja auf jeden fall kommt jetzt noch du machst schwerer denk verkaufen ist das lang durch des verräters aha geräte was war ein verräter 40 53 bis 70 ja so ein hatte ich vorhin auch ein opfer durch das war auch ungefähr so 53 ich schaue mal kurz das ist süß ja ach das kaputte ok los mehr ist hier nicht gut wolkenturm aha und ein speicherpunkt ich glaube es nicht wahnsinn es liegt ein speicherpunkt über den wolken wer seid ihr die anderen ist auf jeden fall immer noch akt 3 hast du die mini map wieder in den gesetzten ich glaube ich auch nicht ach die war die ganze zeit an eben wir haben die beim ersten kampf ausgemacht das ist gut möglich meine kotze wieder haben das skelett pimmelt ja jetzt auch irgendwo rum so läuft hier irgendwo hin und her der mehrfachschuss ist ätzend alter ja aber der ist weg ach das das ist ein skelett das kann auch nichts dafür uiuiuiuiuiuiui jaa außen würde ich sagen erstmal wo wer bist du denn ein riese bloßskelett was tackl von die pickeners oder was da vielleicht mach mal was brauchst du ja nicht total das ist schon mal gut total ist jetzt aktiv geht's ne da geht's nicht noch weiter ok warum müssen die wegwege so lange und verschachtelt sein und und so zahlreich kann mich doch nicht entscheiden weil sowas ich glaube die haben ein skelett zu hauen naja ich glaube das hat sich gefühlt oh jei 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 das ist doch tot ich glaube die haben das zerhauen wieso habe ich schaden gekriegt der war noch so weit direkt gestorben wow ja das hat er ihr werdet gerecht ich glaube auch was sind da das skelett moonwalk gegen das ding da portal ja nur noch das portal ok es geht wahrscheinlich schneller als würdest du da jetzt irgendwie ewig lange wege zurücklaufen ja können wir auch noch mal bei händlerus vorbeigucken wofür haben wir glaube ich seit dem endlos nicht eingeseit da bin ich mhm laden betreten jetzt hätte ich fast ende gedrückt 10 ausdauer ja komm weg damit ich habe einen goblin heute gefunden ach den kennen wir doch schon jetzt schon den hast du doch auch den hatte ich mal ja den hattest du mal so war das ja nein den schleppe ich nicht die ganze Zeit den wahren Helm der hat schon wieder 2 in Geschicklichkeitsbonus das hilft keinem ne das auch nicht 消費 48 und auch schon wieder 300 tausend gold ach scheiße er verkauft die kleinen tränke oben sind die großen oh verdammt dann habe ich dann habe ich einfache durch einfache ersetzt 48er helm mit 2,5 kilo 51er helm aber auch was sind auch gekauft dann nicht gut ausdauer auf ring ausdauer auf ring habe ich auf ring ich habe gesundheitsregeneration ich habe gesundheitsregeneration und gesundheitsregeneration ausdauer und ausdauer und voll auf ausdauer das bringt ausdauer mehr lebenspunkte ja und ein bisschen mehr gesundheitsregeneration aber ich bleib bei dem prozentualen kram ok wo ist der da ran wolken turm ok so das gelett ist wahrscheinlich tot Oder ist Moonbock immer noch da oben? Ne, ich denke der Gries hat es irgendwann kaputt gestampft. Ne, die haben es sich ja nie gesehen. Er hat es irgendwann kaputt gestampft und auch Schaden gekriegt. Stimmt. Aua! So, du zum Beispiel. Nein, nein! Was ist mit dir? Oh. Noch ein Weg. Das war eine krasse Truhe. Das ist endlich mal vorbei. Das ist der Weg. Was ist mit dir? Ja. Oh man. Dann gehen wir erstmal hin. Oh. Die ganze Zeit kaputt. Okay. Ich habe gedacht, die erwachen vielleicht noch zum Leben. Aber so geht es natürlich auch. Wir sind ganz riesig. Mein Mana ist verbraucht. Er wollte gerade wie so ein Baby aufstampfen. Oh, hier. Nein, 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 nein. Och mann. Kein Mana mehr. Kacke ey. Das ist schon witzig. Das ist schon witzig. Nimm mir das nicht. Wenn du jetzt rechts und runterläufst, ist dann direkt das... Ja, ich weiß. Das wollte ich vorhin auch machen. Du hast gesagt, nimm das Portal. Das ist schneller. Ja, ich dachte, das wäre weiter weg. Ne, das ist nicht so weit. Die fliegende Kotze war echt genial. Wird schon so kaputt? War nicht drauf geachtet. Ich weiß nicht. Muss ja scheinbar. Okay. Ja, stimmt. Da habe ich nur gedacht, was soll denn diese scheiß Verengung jetzt? Okay, wo waren wir? Da, ne? Ja. Scheiß Kameradrehung. Weg damit. Weg. Weg. Den unteren hätte ich vielleicht leben lassen sollen. Warum? Damit wir wissen, welchen Gang wir jetzt gelaufen sind. Dann hätten wir gewusst, okay, da... diese eine Richtung von hier aus. Ne, unten geht doch auch noch lang. Ne, das ist vorbei. Links. Wie? Dann nehmen wir den Portal. Dann nehmen wir den Speichelpunkt. Da ist nix. Unten lang kommen wir her? Ne, wir kommen von rechts. Oh. Oh. Ja. Ja. Hm. Okay. Entschuldigung, nix gesagt. Dann scheint das hier der richtige Weg zu sein, ne? Ich weiß es nicht. Ne, man weiß es nicht. Weil hier ein Portal ist und so. Vielleicht ist das auch wieder so ein riesiger Kreis. Ich habe auch das Gefühl, das zieht sich echt ganz schön in die Länge heute, ne? Ne, aber gar nicht wirklich was geschafft, irgendwie. Gefühlt nicht so viel, ne. Wollen wir gleich hier vorne lang gehen? Ja. Ich bleibe mir sowieso wieder. Ja. Es sind aber vier, Alter. Die kommen nicht mal mit. Hast du dein eigenes Skelett schon wieder gerufen? Nein, ich bin dabei. So. Die können da... Ich würde mir das Skelett entzahlen. Ja. Ja. Na, so war es wie cool. Ja. Danke. Na, so war es wie cool. Okay. Wird er dann auch krank? Okay, da ist Ende. Das ist gut. Machen wir kurz den Riesen fertig. Nein, nein. Nicht hauen, nicht hauen. Achso, ich muss... Genau. Trinken. Große Kollen? Nehme ich. Der macht aber auch einen Schaden. Der hat dein Skelett getötet. Uh! Dabei war das Skelett nicht mal bei ihm. Und noch zwei Heiltränke. Das ist ja doof. Der hat auch noch die anderen gekauft. Die hast du auch noch. Dann zählt er jetzt noch nicht. Glaube ich. Ich... Na ja, guck mal rein ins Invertal. Siehst du's? Denk ich jetzt zumindest. Oh ne, das würde ich nur noch zwei Heiltränke. Hm, krass. Wenn wir früher drauf achten sollen. Jo. Nö ey. Na, wenn wir sowieso bald mit zum Händler... ...wieder zum Händler wegen den Heil trinken müssen... ...lohnt sich das nicht den Krab jetzt wegzuwerfen. ... ... ... ... ... dass er nicht mehr da kommt und dass er nicht mehr da kommt so was haben wir denn mit dem die Bandschule nicht zu finden ach was sind Drohnen Jo Homolette von irgendwas nein Das Fikir, ey. Oh, Alter. Oh, einer wieder. das ist wichtig ja ich hab auch feile nicht er hat feile ich bin ich denn wo sind die denn noch feuer nein rot prächtige schlachthacke schlachthacke ja geile ich wollte schon immer mal eine prächtige schlachthacke haben geil jetzt bin ich der hackfleisch aufs netze hacker ok das ist ein rundgang toll naja dann wird diese ecke schon mal abgerast hier ist nichts mehr mein mana ist verbraucht ja hab ich mitgekriegt danke gib mir das mana ja für die glatte trotzdem funktioniert nicht so gut doch ich hab auch noch einen getroffen also komm schon der goya oh der hat einen heil dran cool ok dann gehen wir wieder raus zur ecke machen wir hier oben noch was ja das hauen fehlt ne ja oder so sollen wir das portal nehmen zum händler das ist nur noch einen haltschrank ne wenn du gerade einen eingesammelt hast hast du jetzt einen auch doch ein großer und klein ja aber ich glaube zum händler wäre gut ein paar tränke nachschub kaufen wenn wir schon mal hier jetzt am portal sind ja dann nochmal speichern dann wir tun die magier klassen sind auf jeden fall ein bisschen anstrengend und du dauernd dann gucken musst mit den ganzen zaubersprüchen na stimmt du musst immer hin und her tauschen ne also wollte ich nur noch mal sagen wenn du dich nicht auf zwei sprüche festlegst so wie ich am anfang nur mit kotze und furz sag ich jetzt mal ja dann musst du dauernd hin und her change ich würde mir die klassen dann wohl noch mal anschauen ja ja eigentlich habe ich keinen bock die ganze zeit maler tränke mit mir rumzuschleppen und ich habe auch keinen bock die ganze zeit pfeile mit mir rumzuschleppen ja und der andere dude der wird wahrscheinlich auch maler tränke brauchen der schamane 43 bis 74 cool ja den nehme ich hast du was gefunden was sinnvoll ist ja das ist ein klein klein ticken besser als meine macht vier maximalen schaden mehr du hast 15 prozent ja da kann ich was besseres reinsetzen das stimmt ja nimm die doch 18,24 17 Rüstung ist es der wahnsinn 46 Rüstung auf Hose willst du die haben? 46 Hose? nö ich auch nicht mit zu viel Gewicht mhm 18 der hier du wirst ja Intelligenz brauchst du auch nicht ne nö nö Taufen Meldronikum da habe ich jetzt 16 ich kaufe nur noch viel mehr anders viel jetzt aber 59 bis 89 nicht für dich hier 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 grober wettstein schäbiger der grobe ist vermutlich besser der hat schon drauf das heißt ich muss was anderes nehmen krankheitsschaden ja komm das teste ich mal ich habe sowieso zwei davon ja das ist das was ich mit meinen zauberungsbrüchen macht dieser krankheitsschaden ja ach so ich habe die andere waffe gar nicht verkauft hier nicht ende in dem gelände schick 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 schick